Die Austria, die beste Heimmannschaft der Liga. Aber auswärts will es einfach nicht. Auch bei den Juniors geht die UNS-Serie weiter. Man hat hochkarätige Möglichkeiten wie hier durch Markus Bink. Auf der anderen Seite plötzlich ein Elfmeterpfiff und wieder läuft man einem Rückstand nach. Ein paar Minuten später folgt auch noch das 0 zu 2. Jetzt muss die Austria was tun. Zunächst noch Pech. Bink trifft nur die Querlatte. Dann endlich der Anschlusstreffer. Bink verletzt sich bei dieser Aktion, kann aber weitermachen. Und dann hat er noch die große Chance auf den Ausgleich. Aber die Juniors klären in letzter Sekunde. Am Ende Torhüter Menzel mit einer starken Parade. Leider hilft es nichts mehr. Auswärts muss man es jetzt abhaken. Im Frühjahr kann es nur besser werden.